Heute war bei uns ein Vertreter da, der wollte uns irgendwelche Prüfungsbücher aufschwarzen. Mit Heroin und Koks innen drin. Nein, irgendwelche Prüfungsbücher für 27 Euro ein Stück. Und kurz nachdem der raus war, weil eh nicht viel für uns an sich drin steht und das ist übelst blöd gemacht teilweise, das sind nicht die offiziellen Prüfungsfragen, das sind irgendwie abgewandelte Prüfungsfragen. Also ganz doof. Und kurz nachdem der raus war, ging bei uns der Probealarm los. War das schön, und vor allem die eine Feuerschutztür war zugeschlossen. Das ist doch gut. Die eigentlich extra sonst nicht benutzt werden soll, weil sie bloß für Notfälle benutzt werden soll, bloß hier wenn Alarm ist. Ja. Und da wollten wir jetzt alle dort aus der Tür raus, weil das offiziell unsere Notausgang ist. Naja, natürlich. In dem Moment hättest du es eigentlich nutzen dürfen. Ja. Und die war aber zugemacht. Also die nicht off. Aber eigentlich gehen Feuerschutztüren immer off. Ja, aber die nicht. Also die, das war ja eine Außentür sozusagen. Ach so. Das war eine Außentür, die wird nach außen und wird es dann, die war wahrscheinlich früher und wurde die wahrscheinlich benutzt und bis sie irgendwann kamen. Ne, die wird bloß noch beim Alarm benutzt. Und die war aber irgendwie wie zugeschlossen oder, oder hat sich verteilt oder sonst was. Auf jeden Fall gehen die nicht auf. Mhm. Die haben ja eh, letztes Jahr hat ja unsere Schule wirklich gebrannt. Und da haben sie jetzt, aufgrund dessen haben sie jetzt auch die Sammelplätze ganz woanders hingesetzt. Aha. Weil es irgendwie letztes Jahr zu Problem gab. Karm oder sowas. Unglaublich. Ja. Also weil, das war, letztes Jahr hat sie dadurch aber gleich halt, äh, mal gesehen, dass sowas wirklich passieren kann. Feuer? Ja, klar. Ja, aber sonst so machst du den Alarm halt mit. Naja, passiert ja eh nie was. Aber das geht doch schneller mal als gedacht. Ah. Gut, wir hatten natürlich gehofft, dass wir dadurch dann auch, äh, den Tag frei bekommen, aber ne, war dann doch nicht so der Fall. Ja, wenn dein Klassenzimmer nie gebrannt hat, ist Schule. Also ist ja wohl klar. Ja. Merkt euch das, wenn dein Klassenzimmer nicht brennt. Das Klo hat aber gebrannt. Ja, so drei, vier. Naja, wenn so die übelsten Methangase da wirken. Nö, ich weiß gar nicht, ob das dadurch, ich weiß bloß, dass der in den Papierkorb da gebrannt hat. Aber ich weiß gar nicht, ob der in der Bus die Küppe reingehauen hat oder ob der das mit Absicht angezündet hat. Na, stimmt. Das weiß ich gar nicht. Na, bestimmt. War es bestimmt, dass er das mit Absicht angezündet hat? Ne, das glaube ich nicht. Bestimmt bloß Küppe reingehauen. Ja. So, der fünfte war das Steg nach drüben, ne? Äh, wie der fünfte? Also, ja, vier hoch und dann kommt immer der Mittelsteg. Genau. Ich habe gesagt. Hörst du nie zu oder was? Nein, ich bin so ein Idiot. Drei. Drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Eins, zwei, eins. Im Glück gibt es hier keine Minuszahlen. Das waren jetzt Vierer und da sind das jetzt Fünfe. Und dann... Ah! Naja, das war schon der Erste. Aber das ist nicht schlimm. Das ist der Erste sozusagen. Äh, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Nein! Das war komplett falsch. Schick. Schick, schick. Brauchst du jetzt einen Turm? Äh, was ist denn jetzt passiert? Wieso hast du ihn jetzt hingesetzt? Was, ein Turm? Ja, ich baue jetzt einen Turm, ja. Wollte auch mal wieder ihn bauen. In der Zeit hättest du ja mal einen Steg machen können. Ist ja schön, wenn du einen Turm baust. Ist ja auch mal so eine, so ein... Naja, nennen wir es Stahlseil. Nee, das bin ich nicht so. Ah ja. Muss ich wieder machen, sowas. Nee, mit Treppen mag ich nicht so. Ach, aber ich? Hm. Ja. Ja. Du bist schön, dass du das mitmachen musst, wenn die Turme irgendwie alle mal stehen. Ja, wenn... Wenn die Türme stehen. Naja, also. Dafür werde ich schon sorgen. Und wenn ich die alle höchstpersönlich hinsetze. Und dann sage, ach, es ist bloß noch die Stege übrig. Na, es ist noch so viel übrig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das war total unlogisch von mir. Aber naja. 1, 2, 3, 4. Stimmt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wupp. 3. Nein! Doch! Ja, ja. Da. Da hoch zu können. Von 4, dann 5. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. bum, bum, bum. Hmm. 1, das ist natürlich wieder blöd, weil ich nicht weiß, wie hoch ich jetzt wirklich bin. bin. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin auf der Höhe. Da muss ich bestimmt noch eins hoch. So. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Drei. Vier. Fünf. Passt. Jetzt hier wieder im Mittelsteig und dann müsste ich schon die Höhe erreicht haben. Haha. Boom. Naja. Dann muss das mit Treppen verbunden werden. Ach nee, hier ist jetzt Wasser. Da kann ich so runterspringen. Das ist gut. Nein. Ah, hat er gehabt. So, dann schwimme ich jetzt hier rüber. Ich glaube, eins noch. Oder zwei. Hat er noch? Noch? Hab ich noch. Was hast du noch? Genug, äh, Gleskobleslos, äh, Netterinos. Ah, die also. Eins, zwei, drei, vier. Ah, scheiße, ich bin doch ein zu hoch. Ah, nein. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Aha. Ja, das soll jetzt ja nicht daran scheitern. Eins, zwei. Ene muss ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, eins, zwei, drei, vier, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünfzehn. Ja, soviel zum Thema Grau. Ich kann es sehen. Eins, zwei, vier, zwanzig. Eins, zwei, drei, vier, fünfundzwanzig. Das war ja mir bloß, hab ich ja bloß so gezählt, damit es mir einfacher ist. Nun, du. Na klar. Das Zahlsystem ist noch nie so drin, du wirst schon. Was, das Zahlensystem? Ja, hast du noch nie so innig. Doch, doch. Ich hab eins zu hoch gebaut. So eben bloß inne. Ja, die nehme ich auch gerade so. Nee, nee, so wenig ist nie. Ich glaub, ich hab nur eh'n Block. Ja. So hoch gebaut, sowas. Ja. Das tut mir leid. Meine. Mist. Ich muss jetzt wieder schwimmen. Haben wir noch Holz? Nee. Nein, jetzt ist mir ein Neterbrick ins Meer gefallen. An dem wird's dann scheitern. Ja. Ich denk auch. Nein. Tja, löwes. Aha. Was denn jetzt? Ich hab grad noch so, äh, die Taste losgelassen vom Niesen. Ach so. Wo ich sie sonst immer drauf drücke. Nee, eigentlich damit wir's alle hören, so wie's sich... Ja. So wie sie's gehört, wirst du? Genau. So wie's laut grau sein soll. Aber ich hab's nur losgelassen. Ja. Ja. Wo? Drei? Vier? Frostarbeit. Ich werd ein Frostarbeiter. Frostarbeiter. Froststar ist für alle da. Kling. Hm? Kling, kling, hab ich nur gesagt. Ach so, tun wir ein Kling? Nö. Ach so. Ich dachte nur. Ja. Da, da hätten wir wieder ein Stück Turm. Jetzt mal in die andere Richtung. Ich brauch... Ich brauch... Ein Krawi baut ja immer nur eine. Ich brauch Koppel. Ich hab Koppel hier. Ich hab jetzt auch gleich Koppel. Ich hab Koppel hier. Frage ist jetzt. Bauen wir diese Füße? Weil, äh... Schwimmend macht sich das ja gar nicht mal so gut. Na, du musst eigentlich zuerst Koppel haben. Den baust du dann hoch von unten. Vom Meeresgrund. Du musst erst mal auf den Meeresgrund kommen, wa? Ja. Darum geht's ja. Naja, und dort gibt's ja... Tränke. Äh, super. Und was brauchst du denn den Trank? Das weiß ich doch nie. Wir hatten hier das Wiki offen und ich nie. Ich hab ja hier gerade das Wikipedia-Normale offen. Na supi, was willst du denn damit? Minecraft-Wiki. Ne, ich brauchte das für die Evolutionslehre, oder? Jetzt schau ich. Äh, äh. Äh. Das Schäen ausschauen. Wie sieht Kruis-Turm denn total verkrüppelt aus von hier? Aber das ist... Ich erwarte nix anderes von ihm, also. Mal, der wirklich ganz schön verkrüppelt ist, da ist ne Ebene zu viel und da fehlen noch welche, die abgebaut werden müssten. Und das... Den wollte ich ja noch. Den wollte ich ja noch machen. Äh, nee. Einmal mit Profis arbeiten. Boah. Der ganze Schmus hier zu viel, oder was? Nie raus? Schlimm mit dem. Nee, gibt's doch nicht viel Wasser. Was für Wasser? Ne, dass du unter Wasser länger bleiben kannst. Ach, du minst atmen? Ja, will sie auch nie. Nee. Ich dachte bloß, dass sowas gibt's, aber nee. Nee, da müssen wir uns ne Tauchausrüstung holen. Gibt's sowas? Will sie nie. Wo ich hier drauf lande? Nö. Ja, so runter. So. Allzu viele Türme sind das ja gar nicht mehr, weil wir haben ja von der Mitte aus angefangen. Unglaublich. Eigentlich ist es bloß noch einer in die Richtung. Und wenn wir den von unserem Startpunkt ausbauen, haben wir die Hälfte, die Oberseite ja schon mal geschafft. Unglaublich. Kann ich jetzt wieder eine Treppe machen? Wo sie die Traue ja wie immer verweigert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, wunderschön, sechzehn, siebzehn, zwanzig. Zwei, zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, sechzehn, siebzehn, acht, zwanzig. Eines Wunsch.